Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Spiel von wieder mal Itch.io, das heißt Replay... Ja, ich bin noch nicht so lange wach. Nein, das stimmt nicht. Ich bin schon sehr lange wach. Ich glaube, das ist das Problem. Ich bin wieder auf der Couch eingeschlafen und hatte nicht viel schlafen und schon viel Kaffee. Egal, wir spielen Replay und es geht darum, dass wir ein altes Spiel, glaube ich, gefunden haben und das ähnelt ein bisschen, glaube ich, so einem Super Mario-Spiel. Und ja, wir starten jetzt einfach mal. Das geht eigentlich... Eigentlich könnte ich die Maus irgendwo... Weil man soll nur mit A und D... Kann ich zurücklaufen? Nein. Und springen. Ich war schon als Kind nicht so mega gut da drin, beziehungsweise ich... Oh. Das war so ein Hass-Liebe-Spiel. Kann ich nicht springen? Okay. Ja, ich will nicht da rein gehen. So. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das heutzutage besser ist. Ich springe immer zu früh. Okay, ich brauch da auch alle Coins. Dieses... Es ist übrigens irgendwie auch Horror. Ich weiß nur nicht, wie, wann und wo. Willi-Robot 11.11.99. Dieses Plakat rechts, das macht mich ein bisschen nervös. Tut die was? Öh. Okay, Frage beantwortet. Was war das? Ein kleines... Oh, ist das... Oh nein. Das war doch nicht im Spiel, oder? Kann ich? Irgendwas? Ach, guck mal. Ich kann die Maus wegmachen und mich umschauen. Will ich das tun? Kann ich... Hä? Kann ich irgendwas? Okay. Ich... Hm... Okay. Es ist überhaupt nicht so. Es ist Spiel, nur ein Spiel. Hi. Tust du mir eigentlich was? Nein. Schleichende so gut. Ich laufe manchmal auch so. Nicht ganz so extrem mit den Händen nach oben. Aber ein bisschen. Was habe ich gesagt? Hi. Okay, ich muss nicht über... Muss ich das jetzt nochmal machen? Hier gehe ich jetzt nicht rein, weil ich muss es ja nicht nochmal machen. Oh nein, ich muss das ganze Level von vorne machen. Oh nein. War ich hier drin? Ja. Hier war ich dann auch drin, ne? Hä? Okay. Super Puma 16-Bit. Coco-Cola. Ist hier irgendwas passiert? Es ist sehr dunkel. Ich kann es aber auch nicht heller stellen. Wo wohnen wir da eigentlich schon wieder? Wie sollen wir immer... In jedem Spiel komische Wohnungen. Was ist das da? Da am Bett? Also nicht dieses Stofftier-Ding. Sieht aus wie ein Rabe. Sondern da drüber. Okay. Egal. Ich sag's jetzt mal. Es ist schon lange nichts mehr passiert. Warum tue ich das? Entschuldigung. Ist da... War da was? Will ich mir es ein? Ist das... Ah! Kann ich? Okay. Eine Sekunde. Ich mach es für mich. Einmal kurz lauter. Weil ich will wissen, was da ist. Ich will wissen. Eine Sekunde. Hab's gleich. Hab's gleich. Hab's gleich. Hab's gleich. Okay. Ich hab's heller. Äh. Äh. Okay. Ich... Ich sehe nichts. Ich stelle es für euch im Schnitt. Auch heller. Okay. Es ist die Wand. Ich höre es doch. Da tippt doch irgendwo. Läuft doch irgendwas. Okay. Da ist aber ein Coin drin. Ich muss da rein. Hä? Wir hängen zusammen. Nicht? Was war das? Was? Was war das? Ah. Okay. Ist das ein Klopp auf mir? Wo ist diese freundliche Musik in? Bin ich gerade irgendwo reingegangen? Ich kann mich da nicht entzünden. Was? Zur Hölle. War das? Warum liegt ihr Blut? Ich hab's doch heller gestellt. Warum ist es hier jetzt so dunkel? Ah. Und was mach ich jetzt? Hä? Was ist das da links? Okay. Warum liegt hier Stroh, äh, Blut? Also ganz ehrlich, ne? Würde ich da wohnen? Ich wäre schon da. Als diese Hand oder was da auch immer war, da wäre ich schon weg gewesen. Da wäre ich schon irgendwo bei jemandem, kann ich bei dir schlafen. Guck mal, ich kann mit dem Pfeiltasten laufen. Das ist ja praktisch. Das ist ja viel besser. Okay. War das Poster vorhin auch schon anders? Das ist ja. Die kleine Frau. Oder was ist das? Okay. Okay. War das im Spiel? Könnte ich bitte wieder Licht haben? Ist mir egal. Oh, guck mal, eine schöne Blume. Ich kann nicht mehr sprengen. Ich hasse es, weil ich nicht mehr sprengen kann. Ich will mich rumdrehen. Und dann will ich eigentlich nicht. Hallo, Nachbarn. Ihr wart nicht mal eine Nachbarn, oder? Und ich hätte diese fucking Tür zugemacht. Wo kommt das her? Sehe ich irgendwas nicht? Muss das so sein? Oh, was? Ich höre was da. Da kommt doch irgendwas. Ich höre was. Ich höre was. das sind sind das sind das wir also da hier das so das ist ja nicht so gut wie jetzt ich wollte doch das das level schaffen bei hand beacons danke fürs spiel okay das war schon das ist mir aber zu kurz ich suche euch noch ein kleines spielchen raus was haltet ihr davon bis gleich so willkommen zu einem weiteren spiel ich habe ja gar nicht durchgelesen worum es geht das heißt go to bett wir gehen ins bett bei mir ist gerade kurz nach neun morgens kann option situation 1 subjekt sind wir subjekt ab wenn ich mich okay das liegt nicht an mir oder euch das scheint das spiel zu sein und nicht irgendwas tun aber wir sollen ins bett gehen gehe ich ins bett nein ich gehe nicht ins bett ich will nicht ins bett das ist aber eine gewöhnungsbedürftige grafik ich habe immer noch die musik vom letzten spiel im kopf was habe ich getan was denn ach so jetzt habe ich die tür abgeschlossen ist das mein alarmknopf ist das mein mann alle türen zu können ins bett wie haben wir das licht ausgemacht did you lock the front door da hast du die eingezogen ja ich denke schon ich habe kein fenster zugemacht glaube ich die situation ist fehlgeschlagen jemand ist reingekommen ja gut ok dann noch mal jetzt ich gehe nicht ins bett also ich schließe die tür ab ich schließe das fenster und das ist bestimmt eine alarmanlage so jetzt gehen wir ins bett ja ist keiner da ich schlafe ja habe ich auch gemacht geh weg ich schlafe siehst du hast du das sicherheitssystem aktiviert ja habe ich gemacht hilfe die tür hatte nein hallo hallo ok situation 1 subjekt a geh ins bett ich will nicht ins bett ha ok ich packe meinen koffer und nein ich schließe die tür ich aktiviere das sicherheitssystem ich schließe das fenster was mit der wäsche vielleicht noch irgendwas ich packe die messer weg ich gucke mich noch mal um den toaster vielleicht auch kann ich rennen nein kann ich springen nein kann ich den fernseher vor die tür stellen oder sowas nein muss ja irgendwie schmuck weg packen oder so hast du das bild angeschaut ja so also jetzt aber habe die tür auch geschlossen ich gehe ins bett hast du dir hast du dir haust dir abgeschlossen ja ach ne um die uhrzeit komm ne nicht mehr hast du das fenster geschlossen ja habe ich doch ne ja hast du die messer versteckt ja war das gut no one will get gut gemacht keiner will reinkommen nächste situation okay ich dachte es wäre schon vorbei situation 2 subjekt b mir gefällt das nicht dass wir ein subjekt sind go to bed nein tue ich nicht weil dann gehen wir drauf hast du den müll weggebracht ach nein nein hier ist nix also hier sind auch messer hier ist nix nein hast du dich im schrank versteckt kommt bestimmt ich habe die tür abgeschlossen ich habe die alarmanlage angemacht ich gucke mal in meine umzugskartons ich habe das fenster geschlossen ich habe die falltür muss ich gleich bestimmt irgendwie entscheiden ob ich mich verstecke und wenn ja wo oh das ist cool da kann man ein werkzeug dran aufhängen aber warum haben wir das im wohnzimmer es sieht zumindest so aus oh das ist ein ein abstraktes bild okay ja wir versuchen einfach ich lasse die tür mal auf sie schließt sich sowieso klick ist das haus sicher ja ja bist du sicher ja gut okay hoch wo bin ich ja das für mich auch ich bin hierher gekommen ja wenn das nicht wenn du das nicht weißt dann weiß es auch nicht ich will auch nicht wissen was das ist das ist doch schon wieder hell hier nicht ich muss gehen jetzt jetzt ja oh guck mal klopapier deutsches gold ähm hi hey da hast du nichts so zu sein danke danke ich weiß nicht was was beunruhigender ist diese komische Musik oder gar keine Musik ich möchte bitte nicht um mein Leben rennen was war das? was war das? was ist das? was pixelt da? seht ihr es auch? mir gefällt das nicht ich habe schon wieder vergessen leiser zu drehen auf meinem Ohr ich muss einen Weg rausfinden okay das Fenster es ist geschlossen ich sollte checken was sind wir jetzt der Einbrecher? was ist das für eine Pixelparty da? its arm maybe i can cut the wires with the aha jetzt müssen wir das Fenster da hätte ich da eben die hier ist alles weggepackt und jetzt gehen wir als Einbrecher ich brauche ein Code ja there is no way out maybe downstairs wo? unten wie kommen wir nach unten? ach downstairs äh 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 warum bist du nicht im Bett ahhhh oh Gott danke fürs Spiel oh aber eine Sache will ich noch probieren wenn ich im zweiten Step das nicht gemacht hätte ob ich dann rausgekommen wäre ja go to bed komm lass mich hier ich weiß wie der Hase läuft Tür zu Abend Fenster äh Messer gleich gibt es ja noch ein zweites Ende weil wenn ich äh da in dem Haus da das nicht gemacht hätte der hat ja gefragt hast du alles gesichert? ja 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 hab ich gemacht vielleicht ähm wär ich dann entkommen so irgendwas schmeckt komisch an diesem Milchshake heute aber die Milch war neu die Milchshake komm schau schneller na? war ich ein Knopf Moment So Situation äh äh 2 nicht b Okay, war das hier schon? Ich glaube ja, ne? Hm, machen wir alles nicht? Ich glaube, wir machen alles nicht. Die war Downstairs, ne? Ich gehe einfach mal ins Bett. Was? Da bin ich, glaube ich, raus, ne? Ja, ja, bist du alles sicher? Ja, ja, klar. Gut. Okay. Wo bin ich nun? Locked, okay. Jetzt weiß ich ja, hier ist alles gut, hier passiert nichts. Ich finde es trotzdem beunruhigend. Ja. Lauf ich richtig? Ja. Leiter. Ich muss einen Weg rausfinden. Es ist unverschlossen. Ich kann flüchten. Okay, ich werte das als zweites Ende. Ich werde nochmal nachschauen, ob es noch irgendwie ein drittes Ende gibt oder so. Aber ansonsten war es das jetzt. Ich hoffe, euch haben die zwei kurzen Spielchen gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018